Also ja, Alt-Vahilia ist das, was vom Valyanischen Imperium, also vom Groß-Valyanischen Imperium übrig geblieben ist, was eben nicht in die Valyanischen Republiken übergegangen ist, also die sich keinen Bock hatte, damit reinzugehen. Nochmal als Hintergrundinformation. Also, ich ging zu einem Dorf in Alt-Vahilia, ein heruntergekommenes Provinz-Kaf. Ei, ganz wie zu Hause. Alles Gesichtsausdruck verändert sich, als diese mir kurz an die Oberfläche kommt. Vor Jahrhunderten hatte der bleuene Schlüssel hier irgendeinem kitzlerischen Kult das Handwerk gelegt. Die Einzelheiten waren verloren gegangen, aber was erhalten blieb, war die Praxis des Ritualen Blutlassens. Eine grausame, sinnlose Tradition. Er verzieht das Gesicht. Zu jedem Vollmond trinken die Dörfler die Erde mit ihrem Blut. Niemand war davon ausgenommen, ob alt, jung, ob krank oder gesund. Was hast du getan? Damit werden sie sicher etwas bezweckt haben. Du hast ihnen geholfen, oder? Naja, es gibt sowieso so zu viele Idioten auf der Welt. Es gibt Schlimmeres, als ein bisschen zu bluten. Was hast du getan? Der Dorfpriester wachte streng über die Einhaltung des Rituals. Ein unerbittlicher alter Zeitgenosse. Hat mich an Thaos erinnert. Er hebt deine Augenbraue in deine Richtung. Wicke el-Bon-Bag. Tis with the lad means. Er war ein Tyran. Er war ein Tyran. Ich war mir sicher, dass die Dorfbewohner, wenn sie von seinem Einfluss befreit wurden, auch mit dem Blutlassen aufhören würden. Also habe ich dafür gesorgt, dass er einen Unfall hat. Er sieht dich verschmilzt an. Xothis Augen verengen sich, bis ihre dunklen Wimpern sich ineinander verflechten. Hm. Also, das hat bei Xothi wieder für einen Malus gesorgt. Und dann, clever, das hört sich nach einem schmutzigen Trick von Thaos an. Von dir hätte ich Ehrenhafteres erwartet. Ja, und dann? Der alte Mann starb. Und die Dorfbewohner waren starb vor Angst. Sie waren davon überzeugt, dass sein Tod ein schlechtes Omen sei. Die Schuld dafür und für alle anderen Unglücke, die ihnen passierten, gaben sie ihren Mangel an Glauben. Und so fingen sie an, jede Woche Blut zu lassen. Wannen sie sich gegen ihre Nachbarn, wenn diese ihrer Meinung nach zu wenig gaben. Er verzieht die Lippen, als würden die Worte einem bitteren Geschmack in seinem Mund hinterlassen. Anscheinend einer Handvoll Toter pro Jahr gab es nun plötzlich ein paar pro Woche. Inzwischen hat er den Saum seiner Scherpe fest verknotet. Er umklammert ihn mit bleichen, starren Fingern. Und jetzt machst du dir deswegen Vorwürfe, stimmt's? Vielleicht hättest du sie in Ruhe lassen sollen. Das hast du nicht wissen können. Das ist nicht dein Fehler. Wenn du dieses Ritual kaum verstanden hattest, wie wolltest du es dann stoppen? Du hast versucht, das Richtige zu tun. Darauf kommt es an. Ja, du hast es nicht wissen können. Aber ich hätte doch etwas tun. Ich musste doch etwas tun, oder? Er wendet sich mit weit aufgerissenen Augen... Er wendet sich dir mit weit aufgerissenen Augen und gefehltem Blick zu. Er hält wiederum innen und löst den Knoten in der Scherpe in seinem Schoß. Ich frage mich immer wieder, was ich hätte anders tun können. Oder wie ich es hätte besser wissen können. Darauf habe ich keine Antwort. Aus seinen Fähren zu lernen ist ein guter Anfang. Hör auf, darauf herumzureiten. Damit lebst du dich nur selber. Aber die Dorfbewohner hatten einen Weg gefunden, mit dem Ritual zu leben. Vielleicht hätten sie irgendwann von sich aus etwas geändert. Die Dorfbewohner wollten es so. Sie sind schuld nicht, du. Hör auf, darauf herumzureiten. Ja, wahrscheinlich schon. Ich sollte mich ein wenig ausruhen. Heute war ein langer Tag und du hast mir viel zu nachdenken gegeben. Warte, du hast mir immer noch nicht erzählt, was die Baiser da mit deinem Deal zu tun haben. Ach, diese Sache. Massiert die Schläfen. Ich bin auf der Suche nach einer alten Sekte des Planenschlüssels. Ich habe mehrere Hinweise gefunden, aber er bricht aber unschillt den Kopf. Ich will ganz sicher sein. Lass mich bitte noch einmal meine Notizen durchgehen, dann erzähle ich dir alles. Das verspreche ich. Da reden wir später weiter. Ja, so haben wir uns einen neuen Tagebucheintrag gemacht. Geschminkte Masken Alof hat die letzten 5 Jahre damit verbracht, den Planenschlüssel zu einer Macht des Guten zu formen. Die Aufgabe erwies sich jedoch als schwierig. Er will meine Hilfe, um eine geheime Verbindung des Planenschlüssels im Trusfeuer zu finden, die ihm dringend benötigte Informationen liefern könnte. Alof erwähnte, dass er den Planenschlüssel verfolgte. Er versprach mir mehr zu erzählen, sobald er die Gelegenheit hatte, seine Notizen durchzugehen. Dann reden wir mal mit Edda noch. Da kommen gerade einige Erinnerungen hoch, oder? Was denkst du gerade über Eotas? Ich will, dass die Zerstörung aufhört. Ich will, dass er mit dem aufhört, was er tut und dann in Frieden geht. Mit dem Unterschied, dass es in der Realität anders aussieht. Was willst du? Was hast du gemacht, nachdem wir das Vermächtnis beendet haben? Mir hat das Gefühl gefallen, zu wissen, dass wir Taos aufhalten konnten. Wir waren Teil einer großen Sache. Das war etwas, das ich zuvor noch nie gefühlt hatte. Nicht mal im Krieg. Schätze, ich habe mich wieder danach auf die Suche gemacht. Nicht, dass ich in eine Sache mit den Gönnern verstrickt werden wollte, aber etwas Kleineres, mit dem ich umgehen könnte. Es gibt eine Gruppe Eotasiten im Dürwald. Die Nachtmarkt. Sie helfen hier und da anderen Eotasiaten heimlich. Waren das nicht eigentlich mal Eotasianer? Etwa wie der Blei an den Schlüssel, wenn du so willst. Nur eben kein Haufen Fangs, diegter Wahnsinniger. In dieser einen Nacht bin ich also in einer Taverne und dieser Typ hat ein Problem mit mir. Es ging um eine runde Orleanerkopf, bei dem er Geld verloren hatte. Und ich schlage gerade seinen Kopf in die Zielscheibe, als ihm auffällt, dass ich einen Anhänger mit dem Symbol Eotas trage. Also fingen wir an zu reden und wie er sich herausstellte, war er ziemlich in Ordnung. War Mitglied des Nachtmarkts. Und nachdem er sich ein oder zwei Monate später erholt hatte, stellte er mir den ein oder anderen aus der Gruppe vor. Und sie haben mich schließlich reingelassen. Wie ist das ausgegangen? Naja, kommt darauf an. Durch unsere Aufträge konnte ich einigen Leuten helfen. Oft habe ich Leuten aus schwierigen Situationen rausgeholfen und sie in bessere gebracht. Das mochte ich. Aber es gab Probleme in der Gruppe. Viele verschiedene Vorstellungen davon, wie der Laden laufen sollte. Manchmal hat das die Leute, denen wir helfen wollen, teuer zu stehen bekommen. Und ich weiß nicht, ob das etwas war, was wir hätten verhindern können. Oder ob es einfach der Preis dafür war, dass wir versuchten, manche Angegenheiten gerade zu biegen. Gut, machen wir uns auf dem Weg. Da war noch was, oder? Was hast du auf dem Herz? Machen wir uns auf dem Weg. Gut. Das heißt, wir gehen nochmal hoch, weil ich weiß nicht, wo unser Blauköpfchen ist. Ach da. Seraphin. Ahoi, Captain. Truth be told. Forante half expect us to get our asses blown out of the water at Fort Deadlight. Fortunately for you. I have this bad habit of beating the odds. Ahoi, Captain. Um die Wahrheit zu sagen, Forante erwartet so halb, dass unsere Ärsche bei Fort Todeslicht aus dem Wasser geblasen werden. Zum Glück habe ich diese Angewohnheit, es entgegen aller Wahrscheinlichkeit zu schaffen. Of course I do that by way of good old traditional chicanery. And the most important part of any orn's struggle? Solid planning. Well, uh, that and surviving. Natürlich tue ich das mit Hilfe der guten alten Trickserei, eine Tradition. Und der wichtigste Teil jeder Praellerei, ein solider Plan. Tja, und das Überleben. Äh, ja. Das kannst du mir über Fort Todeslicht erzählen. Sie haben sie erst mal gemacht. Sie stammt die Steine ein paar Jahre zurück, aber sie gab es ab, wenn die Fischmänner sie nicht mehr verlassen würden. Ursprünglich von Valianern gemacht, haben es vor ein paar Jahrhunderten Stein für Stein aufgebaut, ist aber aufgegeben, als die Fischmänner sie nicht in Ruhe gelassen haben. Schwer zu verteidigen, wenn dir Wilde unter deinem Hintern hervorkrabbeln. Captain Aldis hat es mehrere Jahre zuvor beansprucht. Verdammt schmutzig vom Bug zum Heck. Und sie hat ihre Mädels und Jungs monatelang Fischscheiße vor den Brettern schrubben lassen. Ein paar von ihnen dachten, es wäre besser, woanders anzuhören und sie sind in der Nacht abgehauen. Aldis hat sie blitzschnell aufgespürt, ihnen die Köpfe abgeschlagen und sie in kleine Laternen gesteckt, mit denen sie das vordere Tor dekorierte. Hat sie die Totenlichter von Ford Todeslicht genannt? Seine Nase zog. Sehr toll. Man sagt, dass sie seitdem kein Deserteur mehr hatte. Ein bisschen grausam für meinen Geschmack, aber ich bewundere das Wortspiel. Ja, hast du einen Plan, wie wir das fortgelangen können? Lass uns später darüber reden. Später, sicher, sicher. Keine Worte hier, um zurück zu den Präsidenten der Leidenschaften. Später, sicher, sicher. Wir haben es nicht eilig schnell, wieder zum Herrn der Freizeit zurück zu siegeln. Sein linkes Ohr zuckt. Ja, ich will jetzt nicht noch weiter palavern mit den Leuten, weil ich habe jetzt schon die erste halbe Stunde der Aufnahmesession fast wieder verbracht. Wobei ich eigentlich nur die erste Viertelstunde verbringen wollte damit. Aber ja, so haben wir wenigstens mal mit allen unseren Gruppenmitgliedern auch so mit ihm jetzt gequatscht. Ja, kommen. Erst nach Nekataka. Hauptstadt, Backbord, besondere Orte. Das ist sicherlich wieder ein Übersetzungsfehler. Stürme und Schiffe. Okay, das heißt, nach Nekataka. Wenn wir unterwegs eine Inselfinder finden, eine verlassene, dann gehen wir natürlich an Bord. Medizinische Vorräte, das war schon mal nicht schlecht. Wie zum Beispiel das verlassene Dorf hier. Mal alles, was wir an Vorräten finden können oder so, nehmen wir mit. Sehr schön, die gescheiterten Siedlungen. Ja, das ist mal wieder ein Dorf zum Plündern. Palmstein. Und das war es auch schon, okay. Das heißt, wieder weiter nach Nekataka. Die Insel sieht auch nicht schlecht aus. Vier Archiate. Umhang des Schutzes. Und das war es auch schon. Na, gucken wir mal, was uns auf der Brücke erwartet. Auf deiner Reise nach Nordwesten schießt du auf einen breiten Kanal, der dich von der Ebene einer sandigen kleinen Insel trennt. Eine Holzbrücke, über die Probleme, wo es ein Wagen samt Pferd passen würde, führt über das Wasser. Ein Pulk drängt sich auf der Brücke ein elektrisches Sammelserium, sauber gekleideter Valianer, Amauaner und kräftig Farben vor Gewänder und sogar hier und da ein Orlaner. Am Fuß des Hügels am Wasserrad haben sich ein paar Amauaner zusammengefunden. Amauaner